So, weiter geht es jetzt mit Let's Play Tomb Raider. Wir sind hier mittlerweile in Thailand, in diesem Shiva-Tempel, oder wie sich diese komische Göttin da nennen soll. Und wir müssen hier jetzt so einiges tun, habe ich das Gefühl. Sieht mir nach einer Menge Ärger, Kletterei, Fallen, Abstürzen und anderen tollen Dingen aus. Hm, okay, ich meinte, da musste man jetzt hier lang, oder musste man da lang? Wenn ich dann nur wüsste, ey. Ich habe ja sowas von keine Ahnung hier. Ich gehe jetzt mal hier lang, sieht mir irgendwie sicherer aus. So. Ach, das war ein toller Sprung. So. Ich meine, ich musste man hier irgendwo durch, aber ich weiß nicht, was man da unten... Da unten waren so komische Spiegel, meine ich. Das ist schon über ein Jahr her, wo ich das gespielt habe. Oh mein Gott, das sieht alles hier sowas von sicher aus. Selbst virtuell habe ich schon Höhenangst. Also, das ist ja echt... Oh, Hilfe. Oh nein. Oh, oh. Ich sollte aber nicht nach unten gucken. Genau. Nicht nach unten gucken und so tun, als wenn alles... Ich muss hier doch nicht wirklich hin und her springen, oder? Oh mein Gott. Ach, komm, jetzt bitte. Jetzt geht er von diesem bescheuerten Abgrund weg. So. Oh, gut ist. Ja, und nur? Also. Ich muss einen wegen. Den Schalter am Anfang dieses Bereiches. Achso, das muss alles, was ich hier machen muss, oder was? Achso. Oh, liebe Kameraperspektive. Das ist echt das Letzte. So, dann hier wahrscheinlich drauf. Ja, ich weiß, ich habe die Hilfe benutzt, aber... Ich habe jetzt auch keine Lust hier mit einem Let's Play jetzt eine halbe Stunde hier nach irgendwelchen Hinweisen zu suchen. Ich meine, wenn ihr da sehen wollt, könnt ihr mir Bescheid sagen, aber... Oh ne, was bringt mir jetzt der Schalter? Hä? Hat doch weder da noch da was gebracht, oder? Ich meine, ich muss hier wahrscheinlich auch noch irgendwas machen, habe ich das Gefühl. Muss ich hier auch, glaube ich, irgend so ein Ding... Super. Wirklich. Oh Mann. Na, komm jetzt. Ich hoffe, das hat er jetzt gespeichert. Oh ne. Ich meine, dass man jetzt hier auch auf dieser Seite auch so ein Ring da lösen muss, aber ich bin mir da jetzt echt nicht so sicher. Also, ich weiß es einfach nicht. So. Achso, ja, man musste da genau... Wo ist jetzt das Ding? Oh Mann, ich glaube, das wird wirklich nichts mit diesem Let's Play, wenn ich so weitermache. Klötzchen-Grafik von Tomb Raider 1 hatte schon ihre Vorteile, beziehungsweise der ersten Tomb Raider-Teile. Ja, da will ich nicht hin. Ich glaube, da konnte man auch von hier aus da drauf, oder? Ganz knapp, aber es geht, okay. Konnte man auch irgendwie greifen, das Ding. Muss man auch drauf schießen, oder was? Ja, und? Was soll das jetzt? Achso. Das war es. Hm. Ist das jetzt gelöst, oder nicht? Und wo zum Geier muss ich jetzt das Ding hier reinstecken? Ja, wenn ich das nur wüsste. Boah, bin ich hier hilflos, ey. Hilfe, Leute, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie ich weiter kann. Und wo vor allem. Und wieso. Und warum. Oh Mann, hoffentlich war das jetzt richtig mit dem rumgehängener. Wenn jetzt wieder nichts passiert und den Schalter drücke, dann haue ich mit der Faust gegen die Tastatur. Ups. Was war das denn gerade? Warte, was muss man da denn machen? Oh Gott, Leute. Was zum Geier muss man da bloß machen? So, was hasse ich ja auf den Tod. Hey, das müsste klappen. Ja. Sehr schön. Oh, schwein gehabt, ne? So. Na, endlich sind wir dann auch hier unten. Online. So, Exen sind tot. Nee, doch nicht tot. Was man hier jetzt machen musste, habe ich keine Ahnung. Aber auf jeden Fall mache ich jetzt hier mal einen Cut.